Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. So, in der letzten Zeit habe sich etwas verändert. Ich habe jetzt auch wieder meine Frame-Rat angepasst an meinen Spielstil. Und so läuft das Ganze jetzt hier etwas flüssiger von der Hand. Und ich kann es besser sehen. Ich hoffe, dass es für euch demnächst auch irgendwie so klappen wird. So, ich habe mich nochmal umgesehen und die Umgebungskarte sagt mir, ich muss diese Einöle komplett durchqueren. Also, bis da hinten. Oder dahin. Gut, das bedeutet einmal drehen und laufen. Lauf ich hier richtig? Also, ich muss die komplett durchqueren. Das bedeutet... Bis da hinten hin. Tja! Klar. Versuchen wir es doch einfach mal. Einfach durchqueren. Hallo, ihr Lichtmutter. Hör auf, mich zu schlagen. Waschhaufen. Waschhaufen. Magisches Leichen. Und Stau. So. Wo müssen wir weiter? Waschhaufen. Magisches Leichen. Und Stau. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut. Ah, hier waren wir doch schon mal. Hier. Den Zenturio haben wir besiegt. Die Riesen sind gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Sag jetzt nicht, dass ich nicht hier hochkomme. So, einmal kurz speichern. Nehmen wir mal den da. So. Und. Da hinten dann hin. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, wir laufen wieder falsch rum. Laufen wir denn jetzt richtig rum? Ja. Oder? Ja. Gut. Gucken wir jetzt da hin, wo wir hin möchten. Ja. Scheinbar. Nicht hoch. Wartet. Wartet. Okay. Ja. So. Einmal kurz speichern. Nehmen wir mal einfach den da. öffnen. Und. Hier müssen wir noch eine. Wieso nur? Was für ein Scheiß ist das? Wo sollen wir hin? Wo? Wo? Als erstes vergebe ich mal die Stufe. Gesundheit. Komm, stecken wir da ein bisschen Ausdauer rein. Und dann. Schmiedekunst. Elfische Schmiedekunst. Kann ich, kann ich machen. Ah. Stahlrüstung. Ein elfische. Verstärkte. Elkanglas. Elfische Schmiedekunst. Elfische Schmiedekunst. Ich brauche eigentlich mal diese Arcane. Okay. Und dann würde ich sagen, wir noch mal auf. Und, äh. Ich sag, bis gleich. Gleich speichere ich noch vorher mal. Und. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in hübsch. Und ich weiß noch immer nicht, wo ich hin muss. Aber. Ich hab mir so einiges angeguckt. Und. Bin zu dem Schluss gekommen, dass es hier irgendwo sein muss. Ne, ich weiß, es muss an einem Fluss sein. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Das weiß ich auch. Aber mehr weiß ich leider nicht. Es ist so, so schlimm gerade. Denn ich kann euch leider nicht mal sagen, ob ich richtig hier bin. Die Silent Ruin. Nein. Der Rinking Tower. Wir müssten an irgendeinem dummen Fluss sein. Hier. Die Bad Tier. Pumping Station. Zur Pumping Station könnte ich noch mal gehen. Aber. Das hier ist auf jeden Fall irgendwie falsch. Weltkarte. Ding in die Schriftvollen der Alten in deinem Sitz. Denn. Obwohl. Wir sind vielleicht hier rum herum was. Denn das ist ja Wasser. Gut. Ich versuch's mal. Oh. Na, komm schon. Oh. Ich bin verpufftet worden. Das ist ja nicht so klug. Gut. Gut. Ah ja. Tor schließen. Oh. Wie geil. So. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe nicht den geringsten blassen Schimmer. Das ist so schlimm. So. Und ich möchte jetzt diese Schriftrollengeschichte endlich abschließen. Aber ich weiß einfach nicht wo ich hin muss. So. Ich könnte mich die ganze Zeit drüber aufregen. Ja. Also der sagt mir. Ich muss da rein. Das stimmt allerdings nicht. Das weiß ich. Okay. Hier ist es. Nicht. Hm. Könnten wir nochmal die. Pumping Station versuchen. Hm. Denn da waren wir schon. In der Debattierhalle. Da waren wir auch schon drin. In der Pumping Station waren wir noch nicht drin. So. Wart mal. Wieso muss ich mich jetzt drehen? Okay. Fast um 180 Grad. Also noch da. Ich habe... Was ist denn hier? Was ist denn hier? Silentroin. Okay. Boah. Der Schnee ist ja heftig. Das ist gar nicht gut. Ah. Guck mal. Hier ist Wasser. Oh. Kann ich mal hier so eine Stunde oder sowas so ein bisschen was warten. damit der Schnee mal vorbeigeht. Ne. Hm. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Hier unten gibt es auch... Oh mein Gott. Ich raste aus. Gibt es hier noch was? Oder sind das alle Sachen, die ich sehen muss? Ne. Hier gibt es nichts. Gut. Muss ich denn hier... Ah. Pumping Station. Ja. Gut. 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 Cool. Gut. Holen wir uns erstmal das. Tut mir leid. Aber... Das muss erstmal sein. Ja. Dann werde ich nochmal kurz... Gleich... Gucken... Ach da. Etwa. Na. Ich müsste denn vielleicht hier irgendwo sein. Oder? Ich bin schon wieder falsch geglaubt. Boah, das stört gar. Oh. Das Erz. Das Erz. Das Erz. Das Erz. Das Erz. Komm, gib mir das Erz. Ein kleiner Seelenstein. Oh. Das ist doch geil. So. Pumping Station. Hier. Hier. Ja. 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 Der müsste Station müsste hier oben sein. Ja, kann ich hier springen? Ja. Eto. Da kann ich nicht dran. Wo ist denn... Jetzt bin ich wieder zu weit gelaufen. Warte mal. Muss ich jetzt da hoch? Hm. Was ist das hier? Die Lieber Tierhalle. Das hier ist wahrscheinlich auch... Ja, die Lieber Tierhalle. Ich halte es nicht mehr aus. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ich möchte doch nur zu der scheiß Pumpstation. Müsste hier sein. Über mir. Müsste genau hier sein. Nein, daneben. Unter mir. Unter und neben mir. Oh, wie man hier nichts sieht. Ich bin schon die ganze Zeit nur am nörgeln. Es geht nicht gut. Was ist denn hier? Hier ist wieder Erz. Komm, gib mir das Erz. Geile Seelensteine. Kommt und zeigt sie mir. So. Und dann... Wow. Wow! Gut, dran vorbeigelaufen. Weiter geht's. Ich fühl mich hier nicht wohl. Ganz und gar nicht. Nein, nein, nein. Hier kann es nur weiter gehen. So, Objekte, ein kleiner Trank wäre wahrscheinlich gerade gar nicht schlecht. Trank der Heilung. Oh, guck mal, den Schamanenschlüssel, den nehme ich doch gerne mit. Was hat Gersel dabei gehabt? Gut, gut, gut. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Das wäre ziemlich doof, wenn wir nicht alles sehen. Ach komm, einfach weiterlaufen. Tür öffnen. Einmal kurz speichern. Und weiterlaufen. Tür öffnen. Tür öffnen. Tür öffnen. Oh, stopp. Objekte. Caps Lock Taste. Wie ich dich liebe. Pumping Station. Cool. Hier sind wir jetzt in der Pumpstation. Gut. Oder schlecht. Oder gut. Je nachdem wie man es sieht. Naja. Machen wir diesmal wieder mal eine längere Folge draus. Es tut uns hier sowieso leid. Blackreach. Das war's wieder. Gibt's auch noch Blackreach. Boah. Okay. Ich werde jetzt. Hier nach Blackreach gehen. Und. 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 Ich werde jetzt aufhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jungs.